Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Moratti, bei den exotischen Pflanzen zu vermahlen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermahlen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meinen TikTok-Kanal vorbei, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du deine Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren, teilt das Video mit eurer Freunde und Familie bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, auf Snapchat, überall und tut deinen Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst du keine Live-Screens mehr und keine YouTube-Shorts mehr und keine Videos mehr, heute und tut Crash ProStyle auf ihrem YouTube-Kanal abonnieren und heute dann mal die Gurkenpflanzen umdopfen, das zeige ich euch jetzt, so, jetzt dann mal die Gurkenpflanzen rausstellen, und jetzt dann mal, hol ich mal euch näher her, so, jetzt dann mal Erde hinein, Cool. Zoom gehts hier, weれ curated das Video an der Mit der jetzt dann mal so ein loch graben ein biefes und schnapp mal die brücke pflanze jetzt dann mal ausdopfen und in die blumenkistall geben das selbe spiel noch mal jetzt dann mal so erde drüber machen wir gleich erde drüber und dann jetzt dann mal letzteres erde noch drüber und dann dann mal Etikett rein und dann angießen und dann haben wir es schon bepflanzt jetzt dann mal Etikett rein und jetzt dann mal angießen jetzt dann mal die Gurke pflanze scheit angießen gescheit passt passt noch mal passt und jetzt stellen wir es zu den Erdbeerenpflanzen dazu jetzt haben wir die Gurkenpflanzen bei den Erdbeeren und bei den Kirschen dazu gestellt jetzt lassen wir es da stehen und jetzt können sie gut durchwurzeln und gut wachsen und viele Früchte entwickeln hier ist meine Weintraube pflanze die wachst auch sehr gut und jetzt habe ich ihm neue Gerüfte gegeben so wie die Gurke und die entwickelt da schon Früchte überall kleine Trauben jetzt bindet man ihn sehr gut an und dann kann nichts abbrechen und können sie kann der Wein viele Früchte entwickeln tschüss Leute abonniert meinen Kanal Daumen hoch schauts in die Videobeschreibung schreibt es mir gerne in die Kommentare schauts Kanal Info schauts bei i vorbei und am Ende des Videos kannst 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren teilt das Video mit eurer Freunde und Familie bei Facebook bei WhatsApp auf Instagram auf Snapchat überall und tut den Kanal kostenlos abonnieren und aktiviert die Glocke dann verpasst sie keine Livestreams mehr und keine Videos mehr und keine Youtube Shows mehr bis zum nächsten Video der Gärtner Janus Moratti Ciao Ciao Sçar bei hu smooth da attorney mute arthy antb hunted hygge Untertitelung des ZDF, 2020